Der ging nicht durch. Der ging nicht durch. Der ging nicht durch. Der ging nicht durch. Der hat der Reparatur-Kit drin. Der ist so tot. Der Haktor ist direkt neben mir. Ach, was ist hier schon mit der Karte? Boah, von allen Seiten! Da hinten auf der Insel? Es ist so ätzend, ich komme einfach nicht durch die Panzer rum. Au! Caroline! Oh, natürlich wieder mit Sexern! Wie immer! Ah! Der Treacher wurde jetzt schon entdeckt? LOL! Das muss wehtun! Wir haben sie nicht mal angekratzt! Wir haben sie böse erwischt! Ich habe sie böse erwischt, aber ich habe keine Schlange gemacht oder keine, sondern Treffer. Okay, wir machen Cap! Jo, Unterstützung ist unterwegs! Ich glaube wir sollen angreifen, oder? Ja! Durch Großwagen! Einfach durchbrechen! Ja, einmal habe ich wirklich geschafft! Also, das war mit meinem Panzerjäger. Ne, nicht Panzerjäger, sondern Panzer 1C. Da bin ich hier den Velcro lang gefahren. War keiner! Ich bin ganz zur Lafette durch! Schusskraft! Alter! Aber du wurdest direkt angeschossen! Und du hast verfehlt! Und rechts kommen die Olle! 10! Oh fuck! Da kommt der! Na, was willst du? Was willst du? Hättest du gerade schießen können? Ah, macht nichts! Oh, da kommt der ticke Panzer! Hehehe! Doch was ist denn schon für Ram? Aber alter! Warum müssen wir immer gegen Stere kämpfen? Das ist unfair! Ach! Einfach nur unfair! Deswegen würde ich ja gerne einen T5 haben! Ja, und dann kriegst du einen T7! Na und? Der T5 ist besser als der... DW2 T4! Der eigentlich, eigentlich, rein gar nichts kann! Ich fahre einfach nur durch! Es beschließt ja gar, ob da Gegner kommen! Ich fahre einfach nur durch! Ich fahre einfach nur durch! LOL! Oh Jesus! LOL! You'll never get me! Oh verdammt! Wow, wir sind die schnellsten gestorben! Wow, wir sind die schnellsten gestorben! Und ich hab noch einen guten Schuss hinten abgeliefert! Weil dann kommt man mal mit kleineren Zähler! Hm... Na, du hast auch einen sehr starken Panzer! Nein! Hm, doch! Nein! Der DW2 ist schon ein stärkerer Panzer! Nein! Warum sagst du nein? Moment! 100 Meter Erfernung! Hat er nur eine Durchschlagskraft von... ...knapp 60! Das heißt, ich komme durch einen gleichwertigen Panzer durch! ... Auch wegen DW2, weil er hat überall Panzer rum mit 50! Durchschlagskraft 50! Durchschlagskraft 50! Muss man haben, um durch mein Panzer zu kommen! Das hat, glaube ich, fast jeder Panzer rum! Naja, nö! Tatsächlich nicht! Doch! Sowas nennt man schweren Panzer! Der ist langsam, hat keine Schusskraft! Und kommt nirgendswo durch! Es ist nur ein Durchbruchswagen! Es ist nur ein Durchbruchswagen! Soll ich mal den gegnerische Basis rettern? Oder was soll man damit machen? Ich würde sagen, da oben ist ein Gegner! Oh, der ist dort echt viel weg! Es sind ja noch zwei Gegner! Was will ich gegen mich anlegen? Der hat keine Chance gegen mich! Wir haben sie nicht mal angekratzt! Wir haben sie nicht mal angekratzt! Patrick? Ja? Ich bräuchte hier vielleicht Hilfe! Geblockt! Geblockt! Wirkungstreffer! Tode beschädigt! Er zieht nicht her! Ach, da ist er! Ach, da ist er! Du, du, du! Oh! Es ist ein Millimeter! Oh! Miner! Oh!